besser dann doch eher aufs bauchgefühl hören ok wenn sie mal kürzer ist ich meine ich schneide mir das dann ja eh zusammen es ist nicht das thema naja das war ja das ne ja und die schöne zeit ist vorbei wird wird jetzt wieder wird jetzt wieder es wird super total toll und man glaubt mir ganz bestimmt wenn ich das in dem tonfall sage dass das richtig super wird ich mache das doch kurz nach vorne wenn wir dann hier sind ich auch mal mit naja das war das vor allem ist auch noch was ja komm ja dann haben wir festgestellt dass wir so wenig zuckerblumen haben deswegen haben wir wieder hier ja ist wirklich die dings oder war an der wand wahrscheinlich noch mal ein kampf hatte erwartet kurz so ich glaube jetzt mal wieder natürlich sieht das ja dann wieder von vorne wir müssen gleich vier schlachten schlacht anstatt dass nur vier einzel gegner sind da hat sie dann und da habe ich gar nicht mehr geachtet ich nehme das mal komm komm her bist du ach da ich wollte gerade sagen bitte nicht runterfallen ja 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 Nein! Ich hasse das! Oh, fuck you! Ja, ja! Und gleich auf die schwache Aloy! Wow! Super! Nette Idee, gleich die einzuwechseln! Ja, ich weiß nicht, ich hätte was dran ändern können, ne? Das wär so klar. Ich hab damit gerechnet! Nein! Oh, fick dich! Spiel! Ich drück 50.000 mal hier die Linksdaster! Und jetzt hat sie ihren scheiß Mut nicht gemacht! Alter! Ja! Geht doch! Ja! 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 Ja, wenigstens werden's mehr, weniger Gegner. Das sind nicht zwei von denen. D diligence! Un spreadsheet! Ja, un john! Gratieren! Wenn du die! Ja! Dann! Dann! prop里 trip! Ich habe mich nur vor, dass ihr Bogen ein bisschen aufgepäppelt habt, ne? Ich hoffe, es sind auch nur vier Kämpfe. Ich gehe mal einfach davon aus, weil es halt vier Statuen sind, ne? Dass nur vier Kämpfe möglich sind. Ich sage doch manchmal, ne? Reaktionszeit von einem Dinosaurier. Ja, 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 ja. Ja, ja, warte. Habe ich gar nicht mitbekommen. Darf ich jetzt da die da oben einsammeln, oder was? Hätte man das nicht so machen können, dass das dann so ist, dass man ein nach dem anderen machen kann und dann sagt, okay, jetzt mache ich den, sammle die Flamme ein und alles auf einmal ist halt ein bisschen doch zu doof. Finde ich, meiner Meinung nach. Vielleicht finden das ja Leute toll. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht so der Typ für Arenenkämpfe, so, ne? Es kommt darauf an, wie sie gemacht sind, aber sowas ist halt für mich immer nur etwas spielstreckend. Vor allem, weil wir so viel jetzt dafür machen mussten. Sehr schön, vernichte alle Feinde. Du bist so mutig, dass man dich als einmalig in Tokoya bezeichnen kann. Ich, einer der letzten, der Jibarishi Daimon erkenne, hiermit deine Tapferkeit an. Ah ja. Jojo, komm, mach du mal. Da hing jetzt ja, ne, ganz schön viel Grinden und so dran. Aber, ne, wir haben mehr gemacht, äh, als hier überhaupt, dann, ne? Naja. Nicht so wild. Reden wir mal mit, mit ihr, ihm, es. Ist da unten, ne? Mit dem Wesen, mit der Wesenheit. Warte. Bevor ich irgendetwas mache und es dann bereue. Ich würde gerne mal wieder hier, ne? Ja, ja, komm. So. Moin. Auf diese Weise hast du die Zustimmung à la Jibarishi erhalten. Äh, sie handeln im Namen des Willens von Fatatsumi. Äh, also hast du auch das Recht, alles zu wissen. Du bist die Retterin, die alle Menschen in der Meerregion gerettet hat. Und du bist diejenige, die von der Meerregion anerkannt wird. Du hast das Recht, über alle Fragen, die über dich betreffen, informiert zu werden. Aber bitte halte dich an die Regeln und stell sicher, dass du die Wahrheit nicht aus dem Grund des Meeres mitnimmst. Was möchtest du wissen? Hier. Über die Dings. Die tierische Drachen-Echsen sind primitive Elementarwesen, die von der Macht, die vom Himmel herabsteigt, nicht unterworfen wurden, weil sie schon so lange in der Tiefe leben. Sie sind tatsächlich sehr intelligent und können sich gut weiterentwickeln. In ihrer Geschichte des Kampfes gegen uns haben sie sogar Vagrianten, andere Elemente entwickelt. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie eine Sprache lernten und sich sogar so etwas wie Echsenmenschen entwickelten. Das Wesen der heiligen Erde besteht in der Tat darin, ihren Lebensraum zu erweitern. Das heißt, die ursprünglichen elementaren Kräfte in den drei Welten werden stark. Die einzige Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, die Lebenskraft von Watatsumi Omikami zu nutzen, um seinen zweiten Untergebenen zu wecken und die barbarischen Elementarkräfte zu vertreiben. Was möchtest du noch wissen? Hier, über Watatsumi. Fiel durch ein Unglück an diesen Ort, der außerhalb der Zuständigkeit der himmlischen Ordnung liegt. Aber dieses Ereignis ist ohne Zweifel ein Segen für die Bewohner von Biakoyakoku. Er hat wirklich viel für uns getan. Auch dadurch, dass er uns berührt, dass er die Wahrheit berührt, die schon da war, bevor er geboren wurde. So musste er einen Weg finden, sich zu opfern. Es musste einen Weg gefunden werden, um zu verhindern, dass die Leute das Geheimnis dahinter vermuten. Nur so kann das Volk von Biakoyakoku unter der neuen Ordnung der sieben leben. Wie war es also davor? Äh, bevor Biakoyakoku in den Meeresabgrund stürzte, gab es in der Tat auf der ganzen Welt eine einheitliche Kultur. Dann fahrt eine große Schlachtstadt und der Himmel stürzte ein und die Erde zerbrach. Das Land fiel damals in einen dunklen Abgrund des Meeres. Und dann scheint es, dass die Ordnung des Himmels nicht will, dass diejenigen, die sich an alles erinnern, auf der Erde bleiben. Wir suchen den Rückweg, aber wir können ihn nicht finden. Erst viel später ließ die Macht des Himmelsverbots nach. Was hat zu mir Omikami für hier hinein? Was möchtest du noch wissen? Ähm, über Dai Nishimi Koshi. Dai Nishimi Koshi ist ein, äh, Wesen vom, Wesen Abrax entworfenes Gebäude. Es hat die Macht, Licht in das Meer unter dem Abgrund zu bringen. Darüber hinaus wurde eine Reihe von Funktionen integriert. Alles in allem sehr beeindruckend. Was möchtest du noch wissen? Äh, ja, nun. Alles gut. Bitte denk daran, dass das, was du in Kanu-Mia erlebt hast, was ihr in, äh, ja, habt, für immer ein Geheimnis bleibt. Ja, ja. Äh, okay. Ah, okay. Steht das hier? Oh. Okay, das können wir jetzt machen. Endlich. Ich hab schon darauf gewartet, äh, ne? Warte. Ah, wir haben schon wieder ein bisschen was. Äh, warte. Einmal hierhin. Da kann ich mich wenigstens ein bisschen healen. Ich glaub, das ist notwendig. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, deswegen kann ich einen Schluck trinken. Ah, okay. Ah, endlich. Ah, das fühlt sich gut an. Einerseits war ich sehr frustriert, aber, ne? Jetzt, jetzt haben wir es hinter uns. Ja, jetzt können wir, ich weiß nicht, was es ist, aber jetzt können wir das machen. Oh. Hups. Nasenspray runtergefallen. Meine Allergie lacht sich schon, lacht sich schon tot. Lacht sich grad ins Häuschen. Kommt auch hier. Naja, später. Dann machen wir das später. Oh, sie ist jeder da. Na gut. Hätte ich mir nicht denken können. Moinsen. Ähm. Okay. Okay. Verwundete. Äh, was geht hier vor? Moin. Ja. Na ja. Äh, Captain of Swordfish, too. Ja. Glad to have you back on Watatsumi Island. I would have liked to have given you a grand reception, but... Na ja. Is this an order? Not long ago, I hosted the Watatsumi Goryo Matsuri. It's the most important ceremony on Watatsumi Island. Ja. How did you know we were the ones helping out Tsuyuko this whole time? Na ja, um... Ahem. Tsuyuko is one of the more conscientious shrine maidens of Sangonomiya. I knew that handing off the planning of the ceremony to her would play to her strengths. Okay. Based on her description of the person who took the commission, it was quite obviously you. Na ja. This is all starting to sound pretty suspicious. Na ja. Anyway, I'm sure Tsuyuko will have told you that the Watatsumi Goryo ceremony is a ceremony to reverse the holy soil phenomenon on Watatsumi Island. Ja ja, irgendwie sowas in Art. It's a bleaching process that slowly turns the earth to holy soil, leaving the land infertile and devastating agricultural production. Okay. Granted, crops aren't our staple food on Watatsumi Island, but I can't allow external forces to drastically alter the people's diet, and we certainly shouldn't be overly reliant on imports. Uh... Haimang doesn't quite... Imagine all you had to eat from now on was radishes. No more fish or meat. Clearer now? Yeah. That would be terrible! The issue began with the Watatsumi Goryo Matsuri. I did not miss a single step during the ritual, and there's no question that the blood branch coral you retrieved was infused with the omikami's power. Mm-hmm. But it didn't reverse the holy soil phenomenon as expected. Instead, it just... paused. Okay. This is ultimately a matter of Watatsumi Island's survival. So I sent as many people as I could spare to Enkanomiya to investigate the situation. Jaja, wir waren ja da unten schon, deswegen sollten wir das, äh... eigentlich hinbekommen. The news from Stingray 3 was that... all of Enkanomiya is engulfed in a darkness that cannot be dispelled. Additionally, there have also been reports of monsters, the likes of which no one has ever seen before. Mm-hmm. Strange monsters? And... and all engulfing darkness? That's all that Stingray 3 has reported. Their investigation otherwise has yielded no useful information. And the unforgiving environment has cost many casualties so far. Komm, schickt man nicht gleich uns hin. Also, man immer erst opfern muss, um dann herauszufinden, oh, die Heldin macht's. I have sent several rescue teams already, but so far... Mm-hmm. The situation does not look promising. Aha. It brings me no pleasure to have to ask, but... On behalf of all of Watatsumi Island, I beseech you. Please, thank you. Mm-hmm. Now, please, come with me to meet Tsuyuko. No, das machen wir. Schick mal ein. Ah ja, die ist wieder da vorne, ne? Moin! Wir kennen uns ja schon. Mm-hmm. I did wonder. Hope you're both having a wonderful date so far. Yeah. Ahem. Cut the comedy, Tsuyuko, or I may have to have you and Naki switch posts next year. In which case, you'd be in charge of Spectre Eco Management on Watatsumi Island. No need. No need, I'll stop. So, since the two of you are here together, I assume it's about Enkanomia? Ja. Kokomi filled this in on what's been going on. Oh. Cool. Haha. Well, as I'm sure her excellency has told you, an ominous darkness has completely engulfed Enkanomia. At the same time, strange humanoid monsters have appeared when the place should be completely deserved. Menschenähnliche. Humanoid... Monsters? Der Geist hat uns ja was erzählt. Hammer that can move on its own. I know it sounds ridiculous, but we're not talking about one spooked soldier hallucinating in the darkness. All the wounded who returned to Sangonomiya have described seeing the same thing. Okay. On top of this, even ordinary enemies seem to grow much stronger in the darkness. That's why Stingray 3 has sustained so many casualties. Ja, und sie sind ja keine Schwächlinge, ne? There's one other thing that the returning soldiers have mentioned. They say a shrine maiden who calls herself Sumi has been helping to treat the wounded. Mm-hmm. Sumi? Hmm. I don't recall there being any record of a shrine maiden by that name in Sangonomiya. Oh yeah. That's the thing. There isn't one. But she held something called a Sento ceremony, which managed to keep a small area in the very center of Enkanomiya brightly lit. Thanks to her, the wounded soldiers have a safe zone where they can recuperate. Mm-hmm. Cento? Hmm. I've seen this term in the Deep Sea Healing Arts Compendium. Oh yeah. But it's a ceremony that only works in Enkanomiya, so it was never brought to a Tatsumi Island. Mm-hmm. I'd love to meet this Tzumi, but right now, helping the wounded has to be my top priority. Your Excellency. Even if you had no duties at all right now, there's still no way we'd let you go down there. Yeah. Stattdessen gehen wir. Naja, Paimon macht sich ja immer rar, ne? Ich glaube, ähm, sie hat bis jetzt noch keinen einzigen Tag kämpfen müssen. Jaja. Mm-hmm. Hm. Okay. Wow, interesting. What is she trying to hide? Vielleicht heißt sie ja gar nicht Tzumi und ist jemand ganz anderes und, ähm, ja. Ja, doch irgendwie schon. Ich erinnere an den Geländen, der uns geholfen hat. Ne? Ich meine, wir können nicht auf Hilfe verzichten, aber... Aber... Mm-hmm. Mm-hmm. Also, please, take this with you. Oh. Wir müssen bestimmt die anderen Teile finden. Eih. Sag ich doch. Ja, 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 das ist kein Glück, das ist so vorbestimmt. Ah, ja. Ah, ja. Oh, wow. Ja, ja. Das machen wir. Ah, okay. Wo ist er denn? Ach, da unten. Dann gucken wir doch mal. Moin. Ja, auf geht's. Okay. Ich komm. Ich bin unterwegs. Let's go. Ja, ja. Mm-hmm. Den Leiden, Dainishimikoshi. Na komm. So lange ist der Text jetzt auch wieder nicht. Ja. Aber hier waren wir doch schon. Mhm. Möglichkeiten. Okay. Ah, ja. Oder doch. Hi. Ah. Deswegen ist er wahrscheinlich verrückt. Ei. This trip to Enkanomiya is something else, though. Totally mind-blowing. Mmh. Super fun. 10 out of 10 would come again. Siehst. Okay, das Englische gefällt mir besser. Super fun. 10 out of 10 would come again. That's so cool. Totally do not understand. Wow. I mean, it's pretty sweet to have the chance to come to Enkanomiya. Mmh. I actually kind of wanted to look into the Bunkoku puzzle while I'm here. It's the first of the four great puzzles of Enkanomiya. Oh. Yeah, please don't do that. We're the ones that'll have to come rescue you. Yeah. Well, never mind that. There's a makeshift camp at the top of those steps over there. Ah, den find ich cool. Yeah, you should head up and catch some rats, if you haven't been there yet. Ich bin ja auch so, 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 so ein bisschen horror-affin. Hey, look! Ist es unsere Freundin? Kennen wir sie? Oder lernen wir sie noch kennen? Ja. 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 Nein. Nein. Aha. Ja. Na ja. 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 Na dann? Ja. Okay. Ah. 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 Ja. 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 Ich wollte das zwar nicht sagen. Ja. Ja. Ich wollte das zwar nicht sagen. Ja. 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 Warum sollen die was Schlechtes sagen. Dem wurde ja schließlich geholfen. Hier. Hallo. Ja. 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 Thja. Vielleicht. Eventuell. Ja. Ah, sie hat einen. Ja, ne, ich glaub, wir haben das, eins der fehlenden Stücke. Ja, das wollen wir ja nicht, ne? Wir wollen ja nicht, äh... Okay. Okay. Ist so, okay, ja gut. Dann halt hier hinten. Ist bestimmt so viel besser. So, hier ist was wir lernen von den Soldaten. Zumi's mask hides her snake eyes, which the people of Watatsumi Island believe to be a distinguishing feature of Aura Baxi's vassals. Based on her actions, it seems like all she wants to do is protect the people of Watatsumi Island. And from what she said, she's doing everything she can to combat the darkness spreading in Anconomia. So, she seems pretty trustworthy. Then let's go talk to her about my... No, it's done so.